Das ist Herr Meier. Herr Meier hat durch Zufall die Internetseite Personbook gefunden und erstellt dort ein Konto. Dazu gibt er all seine Daten an. Eines Tages macht Herr Meier Urlaub an einem Strand und fotografiert seine Supercoke. Die stellt er dann auf Personbook. Ein halbes Jahr später entdeckt Herr Meier zufällig sein Foto auf einem Plakat für Supercoke. Herr Meier beschwert sich daraufhin bei Personbook. Doch die liegen in... Ehe... 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 Und die Moral von der Geschichte vertraue Personbook nicht. Und trink keine Supercoke.